Ich werde in einem Video 100 verschiedene Wasserrutschen rutschen und die gefährlichste Rutsche in ein Haibecken der Welt. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde und damit zu einem der krassesten Videos, die ich jemals hochgeladen habe. Leute, ihr seht es, wir sind im größten Wasserrutschenpark der Welt, Leute. Hier gibt es über 100 Wasserrutschen, das ist kein Witz, hier seht es mir eingeblendet. Ihr seht schon, hier zum Beispiel ist so eine riesige, so eine Halfpipe-Rutsche, Leute. Leute, schaut euch mal das an, wie krank das ist. Hier sind überall Rutschen, Leute. Und, komm mal kurz mit. So Leute, und ganz dort hinten gibt es sogar noch viel, viel mehr Wasserrutschen. Dort gibt es unter anderem die Wasserrutsche, wo man durch ein Haibecken durchrutscht, Leute. Ich seh die jetzt mal eingeblendet, alle diese Rutschen werde ich jetzt rutschen. Und ihr seht eingeblendet, ich habe das größte Wasserrutschen-Glücksrad aller Zeiten hier im Video mit 100 Wasserrutschen. Die erste Rutsche ist die weltweit größte Wasserrutsche mit krassen Kurven und heftigen Tiefen. So Leute, das krasse ist, wir rutschen jetzt direkt als erste Rutsche, die weltweit größte Wasserrutsche. Leute, das ist kein Clickbait, direkt die größte Wasserrutsche der Welt, aber nicht die schnellste oder krasseste hier. Trotzdem, die größte, das wäre jetzt heftig. Alter, das ist ja unfassbar, Leute. Hier geht es dann auf jeden Fall rein, in eine riesige Röhre. Digga, das wird zu krank, ich schwöre es euch. Also Leute, jetzt geht es los. Ihr seht schon, man setzt sich hier in einen riesigen Reifen und dann wird man reingefahren mit einem Laufband in die Rutsche. Das wird auf jeden Fall richtig crazy, sage ich zu euch. Okay. Und Leute, kommt mal mit. Ihr seht schon, hier werden dann einfach die Reifen von unten hochtransportiert, Leute. In den, keine Ahnung, 20. Stock oder so. Ich bin ultra aufgeregt, das wird geisteskrank, ich sage es euch. So Leute, jetzt geht es hier los in den Reifen. Ich bin unnormal aufgeregt. Wow, es geht los, Leute. Ich wurde hier richtig nass schon mal. Wow. Wow, Leute. Alter. 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 Digga, das ist ja geisteskrank jetzt schon. Wow. 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 Alter, ist sie krank. Oh mein Gott. Wow. Wow. Mit komplett nass. Alter, war die geisteskrank, Leute. Das war jetzt die erste Rutsche von heute. Alter, Leute, ich glaube es nicht. Die war zu heftig. Wie fandest du die? Meine Freundin kann es kaum glauben. So Leute, wie ich eben bereits gesagt habe, schaut euch das mal an. Das ist der Aufzug für die Reifen, für diese Rutsche, die wir eben gerutscht sind. Total krass. Wir gehen jetzt direkt zur nächsten Rutsche, die vom Glücksrad entschieden wird, Leute. Let's go. Blackout. So heißt die nächste Rutsche. Und schaut euch bitte mal an, wie steil hier ist, Leute. So Leute, die nächste Rutsche ist hier im obersten Stock. Und zwar sind da zwei Rutschen. Es rutscht natürlich beide, aber ihr seht nur eine. Das heißt, wir sind da schon bei der dritten Rutsche. Leute, schaut mal. Die geht hier unnormal tief runter. Die macht richtig viele Kurven, alles. Leute, ich bin richtig gespannt. Ene, mene, muh. Und raus bist du. Die rutsche ich zuerst, Leute. Oh mein Gott, ich bin richtig aufgeregt. Leute, ihr seht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es geht los, Leute. Oh mein Gott, es geht los, grün. Alter, was? Die ging ja senkrecht runter. Oh mein Gott. Ey, auf einmal bin ich geflogen. Auf einmal bin ich geflogen, dieser Rutsche. So, Leute, hier sind wir einfach eben runter. Schau euch mal an, wie brutal steil das hier ist. Also das ist wirklich Endlevel, Leute. Weiter geht's mit der längsten Duellrutsche der Welt. Schon wieder ein Weltrekord. Leute, die nächste Wasserrutsche hat auch einen Weltrekord. Kein Witz, Leute. Und zwar The World's Longest Duelling Slide. Wirklich. Das bedeutet, die weltweit längste Rutsche, wo man sich duelliert. Also wo man gleichzeitig nebeneinander rutscht. Sehr, sehr krank. Ich bin unnormal gehypt. Okay, Leute. Die nächste Rutsche ist, wie gesagt, eine duellierende Rutsche. Vier Bahnen nebeneinander. Und, Leute, ich werde mich auf jeden Fall für die Grüne hier entscheiden. Und ich würde sagen, es geht los, Leute. Ihr seht. Leute, let's go. Wow. 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 Alter, ist krank. Ah. 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 Wow. Wow. Ich sehe gar nichts. Wow. Wow. Alter. Leute. Die war heftig, sage ich euch. Das hier, Freunde, ist eine mehrfach Trichterrutsche. Außerdem geht sie auch bergauf. Glaubt ihr nicht? Seht selbst. So, Leute. Als nächstes Medusas Leia. Ihr seht es. Die ist auf jeden Fall medium. Und mit so Reif, wo man hintereinander sitzt. Okay, Leute. Es geht los. Meine Freunde. Ich bin hier gerade nach vorne. Oh mein Gott. Halt dich fest. Und filmen. Oh mein Gott. Ey. Alter, die bremst die einfach. Wow. Da war ein Trichter. Da war ein Trichter. Wow. Nach oben. Was geht ab, Bro? Noch mal nach oben, man. Oh mein Gott, Leute. Ey, die war ja auch mal wirklich krank. Und da ist die Medusa. Die Shockwave. Die längste Familienrutsche der Welt. Wie viele Rekorde bricht dieser Wasserpark noch? Die nächste Wasserrusche heißt hier Shockwave. Und Leute, hier gibt es einen riesen Reifen und eine riesige blaue Röhre. Ich bin so krass gespannt. Die soll wohl auch richtig geil sein. So, Leute. Hier seht ihr, die nächsten sind vier. Und ich bin richtig aufgeregt. So, Leute. Das wird jetzt richtig krank. Wir sitzen jetzt zu dritt in dem Reifen drin. So, Leute. Es ist grün. Es geht los, Leute. Wow. Oh mein Gott. Wow. Hier ist so voll nass. Ich krieg alles ins Auge. Wow. Boah, hier ist richtig kliebelig, Leute. Wow. Da geht es berghoch. Wow. 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 Es gibt noch mal berghoch. Und noch mal berghoch. Boah, noch mal! Alter Leute, ich hoffe das nicht. Heute ist das für eine Rutsche. Oh mein Gott! Ist das hier heftig. Boah Leute, das war eine der krassesten Rutschen in meinem ganzen Leben, ich sag's euch. Hier geht's in die nächste Röhre rein, die ist immer noch nicht vorbei. Und da hinten kommt noch mal ein riesen Wasserfall auf uns zu. Boah! Boah! Wie krank war die Leute! Drei Meter freier Fall, das wird meine nächste Rutsche sein und außerdem ist sie sehr, sehr schwindelerregend. Leute, die nächste Rutsche heißt Vortex und die geht einfach mal ganz unten über drei Meter tief ins Becken. Das heißt, ich werde von drei Meter aus der Rutsche ins Becken geworfen. Das wird auf jeden Fall heftig. Okay Leute, wir haben grün. Ich werde jetzt drei Meter ins Becken geworfen. Alter! Leute! Oh mein Gott, die wird ja richtig schnell! Oh mein Gott! Oh! 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 Die war ja mal richtig, richtig krank! Von da bin ich ins Becken geflogen. Oh! Ich war gefühlt so tief unten und ich habe sogar... Oh nein! Ich habe die Rutsche gewählt, die noch höher war! Leute! Ha! Okay! Die war richtig geil! Weiter geht's! Eine Rutsche in der Rutsche! Das klingt verrückt, aber ist wahr! Seht einfach selbst! So Leute! Und hier wird es auch gleich unnormal abgehen! Schaut mal wie fett diese Wasserrutsche hier ist! Die ist locker 20 Meter breit! Da hinten ist auch noch eine Looping-Rutsche! Das wird echt Endlevel! Und schaut euch einfach mal das an, Leute! Da verläuft eine Rutsche in der Rutsche drin, Leute! Das ist total heftig! Sowas habe ich noch nie gesehen! Die nächste Rutsche ist hier richtig crazy! Ihr habt es eben von unten schon gesehen! Hier geht es auf jeden Fall dann lang und hier richtig krass runter! Ich bin richtig heftig gespannt, Leute! Und jetzt steigen wir auf jeden Fall ein! Alles klar, Leute! Es geht hier los! Oh mein Gott, Digga! Es wird zu heftig, sag ich euch! Oh mein Gott, da geht es komplett runter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, das wird zu heftig, sag ich euch! Oh mein Gott, da geht es komplett runter! Ohohohoho! Alter ging das da runter, Leute, ey crazy, das war so, dann wieder runter, krank, man. Los geht's, Leute, mit der nächsten Rutsche, so Leute, let's go, und zwar geht es jetzt richtig steil, den Berg hoch und wieder runter, oh mein Gott, wow, das wird richtig krass, sag ich euch, oh mein Gott, da geht's runter, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, die war geisteskrank, Alter, so Leute, die nächste Rutsche ist auch geisteskrank, die ist auch genauso grün wie schon mal eine, so, es geht los, Leute, oh, 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 Oh mein Gott, das fliegt sich total, das fliegt sich total. Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt geht es hier in den WD-Ball. Oh Gott, jetzt geht es hier in den WD-Ball. Oh Gott, jetzt geht es hier in den WD-Ball. Oh Gott! Alter. Oh mein Gott. Oh Gott, die war ja geisteskrank. Ey, WTF, Leute. Oh, die war echt krass. Leute, das war die größte Rutschröhre, die ich je gesehen habe. Ich sage es euch ehrlich, Alter. So Leute, die nächste Rutsche wäre eine Falltürrutsche gewesen. Die dürfen wir leider nicht rutschen, weil die gerade repariert wird auf jeden Fall. Ihr seht, da steigt hier gerade ein Bademeister rein. Und die dürfen wir deshalb natürlich nicht rutschen. Aber Leute, ich zeige mal, wie er reinfällt. Leute, er ist auf jeden Fall... Oh, und da ist er weg. So Leute, die nächsten zwei Rutschen sind die hier. Die sind hier komplett auf dem Dach und sollen richtig heftig steil sein. Ich bin saugespannt. So Leute, jetzt geht es auf jeden Fall los. Wünscht mir Glück. Okay, let's go! Oh, Alter! Oh mein Gott, Leute, die ist ja richtig schnell jetzt tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, die war nice. Und meine Freundin ist auch da. War gut, oder? War okay. Leute, sind auf jeden Fall bis zu der Angst, aber war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Weiter geht's wieder mit einer Reifenrutsche. Die geht mega stark nach unten. Leute, ich bin richtig aufgeregt, die nächste Rutsche. Ihr glaubt es kaum. Leute, die geht hier los. Auch schwer tatsächlich, aber im Reifen. Das heißt, es müsste eigentlich klar gehen. Leute, ihr seht schon, die geht richtig steil da hinten runter. Oh mein Gott, das wird heftig, ich sag's euch. Ey, Leute, ihr glaubt es nicht. Schaut mal, wie die runtergehen. Okay. Leute, es geht los, Leute. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ey, die Skye ist ganz schnell. Es wird sau heftig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich seh nicht. Leute und die nächste Wasserrutsche, da sind wir schon fast drin, die geht hier so richtig wild in so einem Wildwasserfluss lang, ich bin sehr, sehr gespannt Leute. Leute, Alter, ich glaube hier wird man richtig nass, das dreift einfach. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, geht das mit dem Reifen? Alter, der Reifen einfach hier vorne, ey. Hier ist die schon vorbei, die Rutsche, war aber ganz lustig, bis zur nächsten Zeit. Zum Runterkommen eine langsame Rutsche durch ein Haibecken, ihr habt richtig gehört, echte Haie schwimmen hier rum. So Leute, bevor wir zu der richtig heptigen Hai-Rutsche kommen, kommen wir erstmal zu einer, wo wir ganz langsam durchs Haibecken rutschen. Und danach wird viel, viel schlimmer, also bleibt unbedingt dafür dran. Hier geht es jetzt erstmal so runter, ins Haibecken. Ich bin richtig krank gespannt, ob wir ein Hai sehen werden. Ich hoffe, der wird richtig angreifen, Leute. Okay Leute, es geht los, ins Haibecken. Oh mein Gott, wir sind hier am Haibecken. Und hier werden wir gleich, wie gesagt, ganz schnell durchrutschen und da ein Hai treffen. Leute, hier sind die Fische. Großen Hai. Oh mein Gott, Leute, ist das krank. Ich habe dann richtig die Fische und ein Hai aufgefangen. Wir müssen ja... Oh mein Gott, da ist ein Hai direkt über uns. Da war ein Hai direkt über uns. Oh mein Gott, ich habe so Angst, Leute. Alter, da war direkt über uns ein Hai. Der ist direkt über uns geschwommen. Oh mein Gott. Schau dich bei den Kollegen an. Moin. Moin, Meister. Oh mein Gott, da war auch nochmal ein Hai. Ey, it's crazy. Der Storm ist die nächste Rutsche und die ist ganz besonders. Seht einfach selbst. Die nächste Wasserrutsche heißt der Storm, Leute. Und die geht hier einfach mal mit einem Förderband hoch. Also ich bin mal sehr gespannt, was da auf mich zukommt, Leute. Hier müssen wir noch auf die grüne Ampel warten. Und dann geht es los. So etwas habe ich auch noch nie gesehen in der Wasserrutsche, Leute. Ihr seht, das ist ein richtiges Förderband, was hier einfach mal hochgeht. Sehr, 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 sehr heftig, Mann. So, Leute, wir sind jetzt fast oben angekommen. Ihr seht's. Bro, ich weiß echt nicht, was auf uns hier zukommt. Let's go, Leute. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, es geht nochmal berg hoch. Wow. Wow. Oh mein Gott, Digga. Wow. Das waren so Wellen. Das war richtig krass, Leute. Ich bin richtig nass geworden. Natürlich bin ich auf die Kinderrutschen gerutscht. Hier seht ihr ein paar eingeblendet. Ihr seht, wie gesagt, nur die krassesten. So, Leute. Als nächstes kommt hier die Stinger, heißt die. Die ist schon wieder hier mit so einer grünen Rutschbahn. Aber, Leute, das ist alles immer eine andere Rutsche. Also, denkt auf jeden Fall dran. So, Leute, jetzt geht's auf jeden Fall los. Ich bin richtig gespannt, wie hier diese Rutsche jetzt ist. Okay, Leute. Oh mein Gott. Wow. 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 Alter. Leute. Oh mein Gott, es ist wieder dunkel. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Wow. 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 Das war eine richtige Nice-Explosion, Leute. Richtig heftige Rutsche. Das große Finale. Die ultimative Hai-Rutsche. Jetzt rutschen wir durch ein echtes Hai-Becken mit richtig hoher Geschwindigkeit. Werden wir es überleben. Oh mein Gott, Leute. Seht ihr den mal? Alter. Wir sind überall Hai hier drin. Und, Leute. Ihr bekommt, wie gesagt, wenn ihr das gut vorbestellt. Oh mein Gott. Wow. Wow. Alter. Da haben wir durchrutscht. Ich hab so Angst, Leute. Wenn ihr das gut vorbestellt, wie gesagt, ihr bekommt ein geheimnis Wasser. Rutschen wie auch aus Dubai dazu. Aus einem anderen geheimen Wasserrutschepark, den ihr noch gar nicht gesehen habt. Leute, es wird echt krank. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Finale zur Einrutsche. Leute, ich sehe da den nächsten Hai. Bro. Alter, komm hier. Hier. Alter, schaut euch den mal an, Leute. Das ist einfach ein Mini-Hai. Ein Baby-Hai. Ich hab so Angst, Leute. Ich zitter komplett. Let's go. Alter, Leute. Mein Herbst schlägt so schnell. Und zwar hier geht's gleich runter ins Haibecken. Sau steig. Ihr seht, das ist senkrecht. Ich glaub, das ist die steilste Rutsche, die ich jemals in meinem Leben gerutscht bin. Das ist total krass. Ey, Leute. Jetzt geht's in die gefährlichste Rutsche hier zum großen Finale. Die ist natürlich schwer, Leute. Ist ja ganz klar. Bro. Durchs Haibecken. Ich hab so krass Angst. Ey, Leute. Ich sag euch ehrlich. Oh mein Gott. Ich hab so Angst. Es ist echt ultra krass, man. Also no joke. Ich hab so Angst, Leute. Ihr müsst allen Like da lassen. Kopflos, Abo und bestellt euch alle das Buch vor. Bitte. So, Leute. Das große Finale. Die Hai-Rutsche. Die geisteskranksteil. Die sind hier nochmal eingeblendet. Jetzt bin ich dran. Oh mein Gott. Geißer weg. Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist richtig schlimm. Ich muss erstmal hier mein Band abscannen. Oh mein Gott. Es geht los, Leute. Oh mein Gott. Wird ich viel Glück lassen. Like da. Ein kostenlos Abo und bestellt mein Buch vor. Alter, war die krass, Leute. Bruder. Lasst Like da. Ein kostenlos Abo. Zum Glück hat mich kein Hai aufgefressen. Bis dann. Bis zum nächsten Video hier aus Dubai.